Und damit herzlich willkommen und Grüße vom Osten in den Norden, in den Süden und in den Westen. Hallo Hauke. Hallo Micha. Grüße aus dem Norden, in den Osten und egal von wo ihr aus jetzt zuguckt, zuhört oder sonst wie, ihr seid alle gegrüßt. Ja, da sind wir. Und wie man ein bisschen sieht, irgendwie fehlt da einer, ne? Ja, einer fehlt und ich habe extra nicht so angefangen, wie ich sonst angefangen habe. Damit du das mal machen darfst, aber du hast es vermutlich nicht auf dem Schirm gehabt. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Guten Morgen, ihr Kerl. Nein, Moment, das hieß anders, ne? Ja, passt. Aber das passt heute ja auch nicht. Von jedem Einzelnen von uns ausgesehen sind wir kein Pluram mehr, ne? Es sei denn, einer von uns ist schizophren. Okay, gut. Das wäre was für einen weiteren Podcast zum Thema Tux und Psycho oder so. Ab auf die Couch mit dem Pinguin. Oder? Nichtsdestotrotz, es ist Podcast, meine Kerle. Genau. Das ist es wohl. Und der ungeplanteste überhaupt, das haben wir uns ja extra vorgenommen, wir haben uns nämlich extra nicht vorher abgesprochen. Also wir wissen nicht, was wir heute machen. Also beziehungsweise ich habe mir was überlegt, du hast dir was überlegt und als Ausweich oder so einen Ausweichpunkt habe ich dann auch, also ich habe zwei Sachen überlegt, sodass wir auf jeden Fall nichts doppelt haben. Wie viel hast du dir überlegt? Ich habe so zwei, drei. Super. Eigentlich zwei, drei. Und das passt. Ja. Ja, der ist sogar so ungeplant, dass wir das Konzept zu dritt erarbeitet haben und dann heute nur zu zweit da sind. Also für alle, die es gerade sehen und jetzt auch gehört haben, der Jean ist nicht da, der hat immer noch keine Stimme. Ja. Wir hätten ein animiertes GIF aufstellen können, was hin und wieder mal winkt, aber... Das wäre noch so eine Option. Vielleicht machen wir das irgendwann mal. Einfach nur so ein GIF mit so einem Wackelkopf von uns sehen. Das müssen wir dann das nächste Mal irgendwie schon vorbereiten. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir einfach an oder haben wir noch irgendwas? Nö, nö, nö. Was hat dich denn so die Woche beschäftigt? Die Woche hat mich jetzt, oder dieser Themenkomplex KI, da habe ich wieder ein bisschen dran rumgebastelt, habe wieder ein paar Sachen ausprobiert. Ein paar Sachen haben funktioniert, ein paar haben nicht funktioniert. Aber insgesamt habe ich da mal überlegt, was habe ich denn da im Moment so auf meine SSD rumfuhrwerken und was davon benutze ich? Das wäre so mein Thema, beziehungsweise wie weit ist das Ganze? Denn ich verwende keine Online-Dienste oder so. Das habe ich alles auf meinem Rechner drauf, sodass keine Daten nach außen abfließen. Also so ein bisschen Spielwiese damit. Und da entdecke ich hin und wieder neue Sachen, die ich schon eigentlich erstaunlich finde, dass das mit erkömmlicher Hardware zu Hause auch funktioniert, dass man nicht ein Rechenzentrum dafür braucht, sondern dass man das wirklich lokal ausführen kann und dass das eigentlich so erstaunlich gut funktioniert. Also wenn ich jetzt ein Jahr zurückdenke, hätte ich das so nicht kommen sehen, dass das so klappt. Also das wäre jetzt eins von meinen beiden Themen, die ich so hätte. Wollen wir erst mal alle Themen auflisten? Nee, dadurch, dass sich das nicht doppelt, können wir da direkt rein. Gut. Also ich denke, du hast ja auch ein bisschen da in der Richtung gemacht. Und da haben wir uns ja auch hin und wieder mal drüber unterhalten, über das ganze Zeugs, was es da so gibt. Ich habe mir auch ein Zettelchen vorbereitet. Ich dachte, wir wollten nicht vorbereitet sein. Doch, doch. Wir sind ja schon irgendwie vorbereitet, aber jeder alleine, ohne dass wir vorher stillpostmäßig so die Zettelchen austeilen. Denn ich bin nachher auf insgesamt fünf Sachen gekommen, die ich mehr oder weniger sporadisch mal probiere. Also Stable Diffusion, beziehungsweise die Oberflächen, die es dafür gibt, um Bilder zu generieren. Die sind ja auch häufiger im Vorschorbild vom Tuxflash gelandet. Also es war unten rechts immer so ein kleines, mehr oder weniger passendes Bild zum jeweiligen Thema, da wir keins haben. Habe ich denn, also wir haben jetzt sowieso eine leicht andere Optik, wo es das nicht mehr gibt, aber davor gab es sowas. Und da sind zum Teil sehr interessante Bilder dabei rausgekommen. Realistisch oder ja, nicht ganz so realistisch, wie der Pinguin, der in einem Kessel Buntes rührt, mit Buchstaben, Suppe und sowas. Oder ja, was wir alles gemacht haben. Also das ist sehr erstaunlich, was da zum Teil rauskommt. Man braucht natürlich auch ein bisschen Zeit, damit die richtigen Bilder rausfallen. Man muss eine Beschreibung in Englisch machen, was man gerne auf dem Zielbild haben möchte. Und dann gibt es verschiedene neuronale Netzwerke, künstliche neuronale Netzwerke, die diese Textbeschreibung in mehr oder weniger gute Bilder umsetzen. und die sind, also die haben verschiedene Stile, die können, die einen können was besser als die anderen das können. Also von daher probiere ich da schon relativ lange mit rum, was es da so alles gibt. Und ja, zum Teil einfach Zeitvertreib für meine Webseite, die habe ich letztes Jahr grundlegend überarbeitet. Habe ich erst überlegt, ob ich da so Stockbilder für nehme. Da war eigentlich nie wirklich was bei, was mir gefallen hat. Dann habe ich angefangen, damit rumzugenerieren und fand das durchaus besser. Und ja, also das wäre das, was ich so am häufigsten benutze. Und dann in die Kategorie relativ neu habe ich gefunden, Chain heißt das, also wie Kette, Chain mit Doppel-N. Und da kann man verschiedene einzelne Bildbearbeitungskomponenten so zusammenstöpseln, wie so eine Kette. Also das erste lädt ein Bild. Dann werden diese Bilddaten irgendwie binär aufbereitet. Dann geht das weiter an das nächste, was vielleicht eine Skalierung macht, das nächste Kettenglied. Dann wird das wiederum weitergereicht an vielleicht so ein neuronales Netzwerk, was damit irgendwelche tollen Dinge tut. Da gibt es diverse Filter, die Dinge verbessern, versuchen oder Details dazu erfinden. Dann kann man das wieder ans nächste Stück weitergeben. Bildunterschrift automatisch einfügen und dann am Ende der Kette wird das Bild wieder als Bild gespeichert. Das habe ich gefunden und das fand ich sehr interessant. Also was man damit alles machen kann, das sind so einzelne Module, die man sehr frei kombinieren kann. Kann man also nicht nur Bilder mitmachen, sondern auch Videos. Und wenn man jetzt sehr viel Zeit hat und da spezielle Filter hat, kann man vielleicht sogar aus einem alten, schlechten VHS-Video ein sehr detailreiches HD-Video machen oder so. Wenn das Netz, was man dazwischen spannt, halbwegs auf diese Art und Weise optimiert ist, kann das sein, dass es durchaus gut aussieht. Oh, es geht komplett daneben. Also das fand ich durchaus ganz interessant. Habe ich angefangen, geguckt, ja, es funktioniert. Das liegt jetzt rum, braucht eine Menge Platz auf der SSD und warte darauf, dass ich damit irgendwie demnächst mal was mache. Dann ganz frisch I.O. Paint habe ich auch noch gefunden. Damit kann man Bilder retuschieren. Unter anderem kann man Objekte aus einem vorhandenen Bild so wegradieren. Und das, was man wegradiert, wird durch neue Inhalte generiert. Wenn man jetzt irgendwelche Personen aus, ja, so ein Bild raushaben möchte, keine Ahnung, Markusplatz oder so, da sind so viele blöde Leute rum, man möchte eigentlich ein Foto von dem Platz ohne die ganzen Menschen haben, dann kann man das so wegretuschieren und sagt dann, ja, der Bereich hier, das soll mal weg. Und dann wird das mehr oder weniger gut ergänzt. Und ja, das funktioniert auch erstaunlich gut. Und in diesem I.O. Paint sind mehrere von diesen Netzen drin. Da kann das eine wieder mehr als das andere und so weiter und so fort. Und ja, durchaus interessant. Und ausschneiden soll man damit auch können. Was ich jetzt in letzter Zeit häufiger mache, ist für meine Videos, da baue ich in das Vorschaubild irgendwie was thematisch Passendes rein, was ich vorher generiert habe. Aber damit ich es dann wirklich sauber trennen kann vom Hintergrund, ist so ein KI-Werkzeug auch ganz praktisch. Und das soll damit auch gehen. Ja, was habe ich noch? Ja, schon total verrückt. Ich muss jetzt mal ein bisschen dazwischenhaken, damit du hier nicht komplett den Monolog führst. Ist schon alles verrückt. Also das I.O. Paint hattest du mir ja mal so offscreen sozusagen irgendwann mal gesagt. Das war, glaube ich, sogar schon letzte Woche irgendwann mal. Ich muss es mir echt mal angucken. Das hört sich sehr interessant an. Wobei ich sagen muss, du installierst die ganzen KI-Tools nativ, so wie es im GitHub meistens drinsteht, oder? Ja, genau. Ja, ich habe ja den, wie heißt der, Pinocchio AI-Browser. Das ist mir dann immer ein bisschen zu, ich sage mal, teilweise zu nervtötend, da die ganzen Abhängigkeiten und sonst da was zu installieren. Das geht mit dem Pinocchio AI-Browser dann mitunter besser. Mitunter aber auch nicht. Also da sind ganz viele Sachen dabei, die einfach noch so mit der heißen Nadel gestrickt sind, die einfach nicht funktionieren. Aber die erste Begegnung mit nativen Geschichten war, als du mir von Stable Diffusion XL erzählt hast. Da habe ich ja auch meine ersten Erfahrungen gemacht. Und das war das Vorschaubild für den Halloween-Stream von John auf Linux-Guides, dieses Franken-Linux. Ja, ja, ja. Das war mit Stable Diffusion XL und mit dem Stable Diffusion Refiner XL dann quasi noch mal so ein bisschen nachgearbeitet. Also das waren so meine ersten Sachen. Aber so aktiv bin ich gar nicht dran. Ich habe ein bisschen, ja, wie gesagt, Stable Diffusion. Dann habe ich mal so ein bisschen ausprobiert, mir so Begleitmusik-Songs zum, ja, Bass-Gitarre-Lernen zu generieren. Long Story Short hat nicht funktioniert. Zumindest habe ich die KI nicht dazu bekommen, mir die Titel so zu machen, wie ich es wollte oder gebraucht habe. Aber na ja, man spielt halt immer mal so ein bisschen noch damit rum. Und ich bin immer verdammt überrascht, wie viel Platz da diese neuronalen Netze brauchen. Also ja, man muss da gut hinter sich herräumen. Also die ist Pinocchio AI, was du da meintest. Da habe ich drei Sachen ausprobiert. Also das ist wie so ein App-Shop oder so. Man kann da sagen, ja, installe ich mir mal das, das und das. Und von drei Sachen hat eins funktioniert. Dann war ich so ein bisschen enttäuscht. Aber die Liste, die da drin ist, wo denn aufgelistet ist, ja, das kannst du noch installieren und das, die habe ich mir genommen, bin da durchgegangen, was ich davon interessant fand und habe dann mir eine eigene Liste gemacht. Und die Sachen, die mich wirklich interessiert haben, da habe ich beim Originalprojekt noch mal nachgeguckt. Und da kommt unter anderem dieses Chainer auch her. Also das hätte ich vielleicht so nicht gefunden. Von daher fand ich es ganz gut, auch wenn ich es anders installiere. Und in dem Fall ist es gar nicht so schwierig, das zu installieren. Ja, muss ich mir dann mal angucken. Also ja, mitunter die Pinocchio AI benutze ich, nee, den Pinocchio AI-Browser, so ist es ja eigentlich genannt, nehme ich auch nur aus Faulheit, sage ich mal. Also sich da selber durchzukämpfen, bin ich ehrlich, fehlt mir die Zeit mitunter. Mitunter, also ja, da ist es wirklich Knopf drücken, festhalten und hoffen, dass dabei was lauffähiges rauskommt. Also es ist halt so, das ist alles mit heißer Nadel mitunter gestrickt. Aber ja, also die Entwicklungen auf dem Gebiet gehen immer noch rasend weiter. Was hast du noch an Neuigkeiten dahingehend gefunden? Ich habe dich ja unterbrochen. Ja, das war auch richtig so. Von wegen Monolog ist das ja, so ist es ja gar nicht gedacht. Dann ganz neu habe ich jetzt noch Aplio gefunden. Damit kann man Stimmen, naja, klonen, also Charakteristiken von Stimmbeispielen lernen lassen, um damit so einen Text-to-Speech zu überdecken. Also die haben ja eigentlich einen ganz interessanten Ansatz. Also man gibt da halbwegs aussagekräftige Wave-Dateien rein, dann rechnet das Ding da drauf rum, nimmt irgendwelche Features da raus und dann, wenn man es nachher anwendet, dann kann man so eine Sprachsynthese-Software, die es ja in vielfältiger Art und Weise gibt, da haben die was eingebunden, was so mehr lala standardmäßig klingt, da kann man dann mit diesem Netz automatisch diese speziellen Spracheigenarten so ein bisschen überdecken. Also das klappt bis zum gewissen Grad. Ja, also das ist schon irgendwie interessant. Also wenn man jetzt nicht hier diese Standardstimme haben möchte, dann kann man vielleicht die eigene nehmen, weil man die dann immer wieder gerne hört oder irgendwas anderes nehmen. Und ja, also dass das auch schon relativ gut ist. Denn gerade Sprachsynthese, finde ich, das ist eigentlich schon ein sehr altes Thema. Und das war mehr oder weniger so, naja, so lala, ne? Und das ist schon eigentlich ganz gut geworden dadurch. Und das eben auch wieder lokal. Ist das wie, wie, wie hieß es, Bark, Voice-Klone? Oder ist es wirklich nur die Charakteristik? Und du kannst quasi an Klangfarbe da noch was ändern? Oder ist es wirklich versucht, eins zu eins die Stimme zu imitieren? Oder wie ist das da? Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Also so, wie ich es jetzt gesehen habe. Also wenn du Text sprechen lassen willst, dann nimmt es so ein Standard-TTS-Dings mit verschiedenen Sprachprofilen, also oder verschiedene digitale Stimmen, die da drin sind. Und dann wird das als Ausgang genommen und dann wird das mit einem neuronalen Netzwerk nochmal umgebaut. Also die Grundlage für diese Endausgabe mit dem, was du trainiert hast, ist nicht der Text als solcher, sondern die Ausgabe von einem anderen Sprachsynthese-System. Und damit ändert das nicht komplett alles, sondern es passt es an, also relativ gut auch an. Also, aber es klingt nicht hundertprozentig natürlich, aber so ein paar Spracheigenheiten, keine Ahnung, die Höhe, Tiefe oder so, ja, also das kann man schon raushören. Und das macht es deutlich lebendiger als das, was aus dem normalen Sprachsynthese-System so rauskommt. Also bei Bark weiß ich nicht, wie sie es da machen. Aber da dieses Trainieren auch relativ schnell geht, für so zwei Minuten Sprache, also Sprachtrainingsdaten, dauert das pro Runde vielleicht so zwei Sekunden. Weil man jetzt damit wirklich komplett neu ein Modell trainieren müsste, müsste das eigentlich deutlich länger dauern, denke ich mal. Vermute ich auch dann, ja. Ich finde es auch überraschend, was dort alles schon bei diesen Sprachadaptierungen, kann man es ja nicht nennen, aber wirklich Voice-Cloning-AIs möglich ist. Also da sind ja auch schon auf YouTube, ob die jetzt mit freien Tools generiert wurden, das steht meistens nicht dabei, aber da sind schon beeindruckende Ergebnisse. Also wenn Freddie Mercury von, wie hieß denn der einzig gute, der einzig bekannte Song von Journey auf die Schnelle? Na, wer schreibt das schnell in irgendeinen Chat rein? Ich komm grad echt nicht drauf. Äh, Ich steh grad so auf dem Schlauch, aber ja, ähm, das haben sie wirklich gut gemacht. Oder eben, äh, wenn Elvis Presley Rocketman von, von Elton John singt. Ähm, deswegen, naja. da dachte ich mir dann auch, äh, das Zeug ist extrem weit. Naja, ja, Don't Stop Believing, ähm, hieß der Song so? Nein doch, ah, irgendwie so. Believe? Hm. Keine Ahnung. Ja, ja, aber es ist eigentlich, ähm, erstaunlich, dass das funktioniert, ne? Aber da ist, denke ich mal, deutlich mehr Rechenaufwand hinter. Das sind diese, diese Dienste, die man da nehmen kann. Da gibt es ja doch einige. Und, ähm, ja, es kommt schon erstaunlich gut an was Reales ran. Also, was schon sehr echt klingt. Hat manchmal so ein paar Artefakte, die man doch denn hören kann, dass da so ein paar komische Dinge mit bei sind. Und, ähm, ja, also, das ist schon erstaunlich weit. Also, das kann dir es, ähm, ich lese ab, Aplio, äh, nicht. Also, dafür ist es nicht gedacht. Das ist wirklich für Sprachsynthese, aber nicht für Gesang. Ich denke mal, das ist noch komplett eine andere Art und Weise, wie man mit diesen Daten um, oder wie, wie diese Netze aufgebaut sind. Denke ich mal. Aber da gibt es, gibt es vieles bei YouTube. Ja. Ja, 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 da gibt es richtig, richtig viel inzwischen. Das ist der Wahnsinn. Also, das, das macht auch Spaß damit selber so ein bisschen rum zu experimentieren. Und mal ganz kurz auf ein Twitch-Chat für, äh, äh, doch, ah, ja, Journey hat noch mehr gute Songs. Ich hab, ich hab nur gesagt, wenn man jemanden nach einem Journey-Song fragt, kriegt man immer den. Auch wenn ich grad selber nicht drauf komme. Es ist so. Es ist, das, das sind wieder Sachen, das sind Memes, die das Leben schreiben. Dieser eine, äh, Journey-Song, den jeder kennt, Meme, er kennt den Journey-Song nicht. Das ist so toll. Naja. Hast du als Band denn alles richtig gemacht? Wenn das heißt, das sind doch die mit. Oder hast du dann alles falsch gemacht? Ach ja, das sind die, die bloß das hatten. Ja. Ach, das KI-Video, äh, äh, Modell Sora sieht täuschend echt aus. Ja, hab ich auch mal gesehen. Das ist auch extrem. Es gibt jetzt auch, wer hat denn das gemacht? Ist leider nicht Open Source, aber da gibt es eine Text-to-Video-AI inzwischen, die wirklich, wirklich brauchbare Videos damit generiert, die wirklich, ähm, ja, Kino-Qualität schon fast aufweisen. War das Sora? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich würde jetzt auch nicht so heftig rum, äh, recherchieren wegen, wegen den Tastengeäuschen. Da mal gucken. Also Open AI, äh, äh, das sind ja die, die gar nicht so open sind, oder? Oder haben sie das sogar mal freigegeben? Also Open AI, die Firma, die man so kennt, die ChatGPT und sowas betreibt, die ist, sind ja nur zu einem geringen Teil open. Ja. Also sowas wie dieses Whisperl, äh, die Spracherkennung, was das Gegenstück zur Synthese ist, das ist sogar frei, aber die meisten anderen, äh, Dienste sind halt Dienste, die man, äh, bezahlen muss. Also die auch in deren Rechenzentren laufen und, äh, ja, wo man denen die Daten gibt und die damit Dinge tun. Aber, stimmt, die ist, wie ist das? Sora? Also, das, was auf der Seite drauf ist, das sieht schon, ja, 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 das sieht schon echt gut aus. Mhm. Ich bin mir noch nicht sicher, ob Sora war. Hab letztens eine gesehen, das, das war richtig, also das war schon fast gefährlich gut, wie man so schön sagt. Also, wo du gerade sagst, gefährlich, ne? Also, äh, viele Dinge, die man irgendwie so meinte, dass sie vielleicht eine gute Idee sind zur Identifikation, sind eigentlich eine total dumme Idee dafür. Ja, ja. Also, sowas wie, ähm, Sprache als Identifikationsmerkmal oder auch, äh, Gesicht oder was weiß ich alles. Also, diese ganzen Verfahren, die es da gibt, die kann man eigentlich komplett abschreiben. Das, das ist durch. Also, die waren vorher zwar auch nicht gut, das war, war eine blöde Idee, äh, ja, aus, äh, vielen Gründen. und das, äh, an sich sind die alle jetzt komplett kaputt dadurch. Und wir sehen hier immer bloß den Teil, der im Moment kommerziell verfügbar ist. Ähm, ich denke mal, es wird woanders noch was geben, was doch schon deutlich besser ist. Also, ja. T8000 oder T1000 waren auch blöde Ideen. Ja. Ja. Hm. Es gibt viele blöde Ideen, ne? Hm. War vielleicht gut gemeint. Ja. Ja. So kann das gehen, ja. Das ist, das ist, das wäre dann was für die Kategorie, äh, wer hätte das kommen sehen? Nee. Wie war das? Stimmt, genau. Ja, ja, ja. Ähm, was soll da schon schief gehen? Ah, genau, genau. Was soll da schon schief gehen? Genau. Ach, da gibt's, ach, das müssen wir auch noch mal machen. Ja. Also, bei vielen Sachen, da denke ich mir, mach das bitte nicht. Oder mach genau das Gegenteil davon. Das ist eine total dumme Idee. Und, häufig passiert dann auch wirklich was in dieser Richtung. Also, ja, ja, gut, ähm, wir werden schon wieder die, die Dings durcheinander geschmissen. Äh, genau, Hannah Montana Linux, ja, 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 genau, das hatten wir auch mal. Es gibt ja auch noch das, äh, Justin Bieber OS. Wer das noch nicht kennt? Vielleicht kommt das ja zum 1. April, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Großer Relaunch. Jetzt neu. Kann man so, äh, übernehmen? Wer weiß. Ach, ja. Ja, also das auf jeden Fall KI-technisch. Also, es geht rasant weiter und so wie es jetzt entwickelt ist, schon sehr, sehr verrückt. Ähm, kurzer Tipp, ähm, wer nicht möchte, dass man irgendwie mit KI-Tools, äh, geklont werden möchte, sowas mit, wie Face ID, äh, äh, lasst euch ein Bart wie ich wachsen. Damit kommt die KI nicht klar. Ich hab mir mal für die Arbeit damit, äh, Bilder generieren lassen und nachdem ich die mal in unser internes Chat-System einfach eingefügt habe, es hat nicht lange gedauert, bis die ersten Leute gefragt haben, sag mal, hast du dir ein Bart abgeschnitten? Weil die KI nicht damit klarkommt, dass, äh, dieser lange Bart wirklich mein langer Bart ist. Der, der macht einfach nur so einen, so einen, so einen typischen paar Millimeter Ziegenbart raus. Das ist, äh, sehr interessant. Da bekommst du noch nicht klar. Also, falls mir irgendjemand mal, äh, mich mein Arbeitgeber dazu triezen möchte, den, 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 den Bart zu kürzen, sag ich, nein, das ist Selbstschutz vor KI. Es ist, äh, alles, äh, schon erwiesen, sozusagen. Oh, eine dritte Augenbraue irgendwo da oben hin. Äh, weiß ich nicht, ob das die KI inzwischen abfangen könnte. Könnte auch, könnte auch schon fast sein, ne? Also, ja. Es gab ja mal so ein Muster, die sich einige Leute aufs Gesicht gemalt haben, um, äh, diese Bild- oder diese Gesichtserkennungsroutinen zu, äh, auszutricksten. Ich glaube, das geht auch alles dem, ja, von daher. Ne. Also, Stimm, Stimmaktivierung ist inzwischen fast obsolet. Also, da sind die Sprachmodelle schon wirklich zu gut. Ja. Also, was ist, was wird noch obsolet? Neben Stimmaktivierung oder Erkennung? Hm. Inher Gesichter und inher Fingerabdrücke, das, äh, konntest du ja auch schon vorher, äh, ja, sehr gut klonen. Also, ich meine, wie viele Fingerabdrücke hinterlässt du jeden Tag? Ist nun auch nicht so das super Identifikationsmerkmal, auch wenn es da sowas gibt wie Lebenderkennung, äh, na ja gut, also, der CCC hat vor vielen Jahren gemacht, wir brauchen denn mal, wir brauchen eine Overhead-Folie, wir brauchen Holzleim und wir brauchen Grafit-Spray und einen Laserdrucker. Jetzt drucken wir auf diese Overhead-Folie im Laserdrucker das invertierte Muster, Fingerabdruckmuster, dann, ähm, nehmen wir Grafit-Spray und dann kommt der Holzleim drauf. Fertig ist der Fingerabdruck, der von sehr vielen Fingerabdrucklasern erkannt wird. Also es hat damals so super funktioniert und die CT, meine ich, hatte auch sowas ausprobiert mit so einem Nachbau, äh, auf Silikonbasis und so und es hat halt auch sehr gut funktioniert. Also das ist auch eher eine dumme Idee. Ja. Hm. Hm. Und im Falle eines Falles, na ja, wir kennen ja diese Filme, wo denn vielleicht nicht mehr der ganze Mensch nach ist, sondern halt bloß noch der, das Körperteil, was zur Identifikation benutzt wird und damit werden Türen geöffnet. Also. Ja, aber ich, ich glaube sogar da geht der Trend eher von weg von solch biometrischen Sachen. Ich, ich glaube eher, das wird wirklich in Richtung Hardware-Keys oder irgendwie sowas gehen. Weil die kannst du zwar auch äh, ja, klauen, aber ja, wenn die weg sind, machst du den unschädlich ähm, im System. Ja gut, das ist auch so eine Sache, ne. Aber so kann, kann, kannst du halt das Risiko minimieren, dass, dass du entweder äh, verstümmelt wirst als derjenige, dessen Identifikation das ist oder eben, ja, anderweitig dein, dein, dein biometrisches Erkennungsmerkmal kopiert oder, ja, entwendet wird. Du kannst es ja auch nachträglich nicht mehr ändern. Also den Fingerabdruck ändern, das ist schwierig. Ja, stimmt. Also zumindest, äh, außerhalb des Systems, also, die biometrische Vorlage. Ja. Ja, okay, gut, ähm, bei mich ja schnellen wir den Bart ab und halten ihn von den Sensoren. Das ignoriert der Sensor. Das ist genau das, mit dem man nicht klarkommt. Also vermute ich mal. Also wenn die KI damit schon nicht klarkommt, dann vermute ich auch nicht der Sensor. Vermutlich gibt es dann als, ja, dann gibt es vermutlich als, als Empfehlung zurück, wenn er, äh, vom Computer, ihr Schuh ist offen oder irgendwie so. Das wäre noch eine Idee. Ja. Ja. Ja, das wäre interessant. Ja. Ja, und wenn KI halt, äh, schon eine gute Vor, äh, Vorarbeit, äh, macht, kann man ja quasi, äh, dann noch als Mensch nacharbeiten. Und zwar, ähm, hab ich gelesen, eigentlich so mit noch, mein Lieblingsbildbearbeitungstool, äh, GIMP geht in die letzte Runde, was GIMP 2.0 oder 2.x angeht, bevor dann wirklich GIMP 3 kommen soll. Das hab ich gelesen, das fand ich sehr interessant. Du bist ja eher nicht so der GIMP-Nutzer. Du hast da eher verbunden, ich meine, äh, äh, doch. Äh, also für Pixelkram benutze ich GIMP, klar. Ach so, okay. Aber, äh, 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 hab ich schon so ein bisschen outgesourced, also sowas wie ausschneiden. Das geht mit GIMP so, naja. Gibt zwar irgendwie Plugins dafür, die es dann auch wieder an so ein, ähm, äh, 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 das benutze ich schon. Benutze ich jede Woche mindestens einmal, wenn ich mein Vorschaubild, äh, für meine aktuelle Folge zusammenbastle. Das mache ich damit. Ah. Ja, auch immer gut zu wissen. Ich dachte jetzt eher, äh, du bist 100% Inkscape-Nutzer, weil du ja die Fachkompetenz hier im Haus hast. Sozusagen. Nee, also, also ich teile das schon ziemlich genau auf, was ich denn vorhabe. Ah, okay. Ähm, äh, wenn das irgendwie sowas ist, wo ich, äh, 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 hin- und herschiebe oder wo sie sowieso schon Vektoren sind, dann bleibe ich bei Inkscape. Aber wenn das jetzt, äh, Pixel-Daten sind oder so, dann mache ich das, ähm, in GIMP. Also es, ja, also man kann es zwar auch in Inkscape machen, dass man das da reinstopft und der wieder, äh, exportiert, aber weiß ich nicht, wie ich, finde ich irgendwie eine komische Idee, das so zu machen. Geht bestimmt irgendwie, aber das mache ich nicht. Also wenn es Pixel ist, mache ich es Pixel in GIMP und wenn es Vektoren sind, mache ich das in Inkscape. Ja. Also mal eine grobe Einordnung. Naja, ist ja, ist ja, ist ja vernünftig und gut. Also ich, ich fand es so interessant, dass sie jetzt nochmal quasi, äh, GIMP 2X, die letzte Ölung geben, ein paar, äh, Fehler korrigieren, noch ein paar Bibliotheken aktualisieren oder ein paar Effekte und sich dann wirklich, äh, mit allen Mitteln auf 3.0, äh, oder Version 3X konzentrieren möchten. Da wollen sie einiges neu machen. Leider Gottes habe ich nicht so wirklich rausgefunden, ob sie dort schon ähnlich wie, ähm, wie heißt der kostenpflichtige Quatsch, ähm, von Adobe Photoshop, ähm, äh, KI-Tools mit einarbeiten möchten. Habe ich leider so noch nicht gefunden. Denkbar wäre es, dass es da schon die ersten kleinen KI-Helfer gibt, ähnlich wie bei, oder, wie bei Photoshop, ähm, dass man quasi so ein Bild vervollständigen kann. So ein Tool wird garantiert noch nicht so den Einzug halten, aber vermutlich, da sind wir wieder so ein bisschen beim Thema von vorhin, ähm, der Chainer oder Chainer-ähnliche Tools könnten garantiert Einzug, äh, enthalten, äh, äh, nicht enthalten, erhalten. Ähm, oder eben so, äh, Hintergrund entfernen, dass man das mit KI dann vielleicht vereinfacht. Aber das ist Zukunftsmusik. Ich fand's halt nur total interessant, dass das dann nochmal wirklich bei Gimp ein bisschen Elbogenfett, sagt man doch so schön, investiert wird, nochmal 2x fertig macht und jetzt alles in 3 investiert, was man hat, an, ähm, personellen Mitteln. Das fand ich dann durchaus interessant und eigentlich immer eine schöne Sache. Ich mag Gimp auch, aber ich kann auch nichts anderes, muss man auch sagen, in Mangelung der Alternativen. Ja, wenn's einen zum Weg führt, äh, zum Ziel führt, dann ist doch alles gut. Ja. ja. Manchmal wünsche ich mir einfach mal so ein bisschen, ja, den Horizont zu erweitern und dann, gerade bei Inkscape hatte ich immer so Einstiegsschwierigkeiten, wenn die Anfangshürde zu hoch ist, dann bringt das nichts. Das ist immer ein bisschen schade. Komischerweise hab ich dann irgendwann mit Krita direkt Zeichnen angefangen, das hat funktioniert, wobei ich sagen möchte, eigentlich, im Vergleich von, von Krita als, ähm, Zeichenprogramm und, und Inkscape als Vektorenprogramm ist Krita eigentlich vom Interface deutlich komplexer, wenn ich's jetzt noch vor meinem geistigen Auge vergleichen tue und das so richtig in Erinnerung habe. Also, ich weiß nicht, was mich bei Inkscape so, äh, aufgehalten hat und abgehalten hat. Ist schade, aber bis jetzt komm ich immer gut mit GIMM zurecht. Ja, also, also viele von den Funktionen bei, ähm, Inkscape sind ja auch in Menüs drinnen. Also, die siehst du dir auf den ersten Blick und, äh, von daher, ja, genau. Ja, also, da gibt es auch sehr, sehr viele verschiedene Filter drin, die man so auf Anhieb nicht sieht und, äh, das ist, äh, ja, das ist eine ganze Menge. Mhm. Ja, klar. Das ist, ja, wie gesagt, ich weiß nicht, warum ich mit Inkscape nicht warm, also wirklich, die, die Einstiegshürde nicht hinbekommen habe. Das hat mich geärgert, aber dann, ja, wie es halt immer so ist im Leben, dann haben sich die Interessen oder, oder, oder Zeitfaktoren verschoben und dann musste man aus Faktorengründen, äh, die Vektoren liegen lassen oder das Vektorenprogramm, naja, ist halt so. Aber ich komme mit GIMP gut klar. Also, bis jetzt macht GIMP genau das, was ich brauche. Ah, ich habe bis jetzt mit GIMP, ich habe mit GIMP noch nie schimpfen müssen, dass es irgendwas nicht kann. Sozusagen. Das ist das Gute. Oder hat irgendwas so in letzter Zeit mal nicht funktioniert? Also, oder? Nö, also es läuft, ne? Nö, es läuft gut. Man muss, muss halt ein bisschen gucken, wie, was sich der Künstler dabei gedacht hat, wie das Programm zu funktionieren hat in verschiedenen, ähm, Polienschichten sozusagen, aber dann kriegt man das eigentlich ganz gut hin. macht ja eigentlich Adobe, glaube auch. Da gibt es ja auch verschiedene Schichten, aber von daher, ich wollte es nochmal gestreut haben, hier, äh, das Thema, ich fand es ganz schön, da nochmal vom GIMP-Projekt was zu hören. War auch ein bisschen sehr ruhig geworden, möchte ich meinen. An 3.0 arbeiten die ja auch schon ein bisschen länger, oder? Mhm. Ich glaube, knappes Jahr schon, aber dann nur so halbherzig und jetzt mit der letzten 2X-Version wollen sie dann alles an Ressourcen reinstecken, was sie haben. Ist langfristig natürlich irgendwie auch sinnvoll, ne? Also, dass du denn nicht zwei Versionen gleichzeitig machst, sondern wirklich die neue Version auch komplett. Mal gucken. Ich gucke mal eben. Was steht denn da? GIMP da. Also mach ruhig irgendwie weiter, ne? Ich gucke mal, ob ich da irgendwie was finde zu GIMP. Mit der 3.0 so zeitliche Einordnung. Andere heiße Newest Windrass in der Version Sieben-Maschinen. Wahnsinn. Was? Das gibt's noch? Keine Ahnung. Ich wusste nicht mal, dass es Versionen gibt. verrückt, was man hier so alles lernt und mitnimmt. Ne, das war eigentlich schon so ein bisschen mein eigenes Thema und eben relativ frisch. muss man sagen. Plasma 6.0 oder Plasma 6. Stimmt, ja. Ich konnte's mir noch nicht aktiv angucken. Ich hab so ein bisschen mir die Sachen angelesen und auch teilweise angeguckt von anderen ja Linux- und Open-Source-News-Reportern. Was man da so sieht, ja, es ist erst auf den ersten Blick nur in Anführungszeichen erstmal der Unterbau und die ganzen Geschichten, die damit wechseln. Die Performance soll deutlich besser sein und Stabilität wie in jeder Version wurde zumindest kritisiert bei der einen Quelle, die ich gelesen habe, ist mal wieder das Einstellungsmenü überarbeitet worden. Scheinbar scheint das in Anführungszeichen Running-Gag zu sein, dass in jeder Plasma-Version das Einstellungsmenü anders aussieht. Keine Ahnung. Solange nutze ich Plasma nicht noch nicht, dass mir das aufgefallen ist. Aber naja, soll wohl so sein. Und es soll Valent als Standard-Display-Manager-Empfehlung haben. Also von daher ich gebe mal die Prognose ab, dass KDE die erste Desktop-Environment sein wird oder das erste Desktop-Environment sein wird, was Valent wirklich fertig unterstützt, sage ich mal in Anführungszeichen oder perfekt unterstützt oder nennen wir es bugfrei unterstützt. Ich glaube, damit sind wir eigentlich auf einer guten Reise. Das klingt sehr optimistisch. Ich weiß nicht, ob das klappt, aber wäre schön, wenn es geht. Ja, man muss ja sagen, dass KDE zurzeit das Desktop-Environment ist, was am gefühlt und vermutlich auch reell am agilsten ist. Gnome die Änderungen kommen nicht so schnell und alle anderen sind eher so schleppend unterwegs und XFCE macht sich einen gemütlichen, sagen wir es mal so. Also da kommen ja die Versionen auch dann, wenn sie fertig sind, aber eben dafür sind sie dann auch fertig. Aber der Sprung von XFCE 4.16 zu 4.18 hat ja auch zig Jahre gedauert. Also das war auch sehr interessant. Wie ist inzwischen die Video-Unterstützung von Valent soll bei KDE 6 sogar, KDE 6, Plasma 6 soll sogar sehr, sehr gut sein. Ich konnte es noch nicht testen. Ich habe hier auch nativ noch nicht die Möglichkeiten dazu, aber was man so die ersten Tests hört und sieht und liest, soll Plasma 6 echt ein Sprung nach vorne gegangen sein. Valent und eben auch Nvidia-Karten unter Valent. Aber wie sagt man so schön, Quelle Vertrauen mir, Bruder, ich kann es noch nicht verifizieren. Ja, Vertrauen. Ja. Also das weil hier da die Frage kommt, hat jemand von euch schon Plasma unter Debian 12 am Laufen? Also ich habe es mit Debian 12 ausprobiert, also das Plasma, was da drin ist, also Plasma 5 irgendwas, auf einem Tablet und ja, sagen wir mal, überwiegend funktioniert es, aber es hat schon so ein paar Bugs an einigen Stellen. Also ich hatte lange Zeit Events, den Betrachter für PDF-Dateien in Verdacht, weil da das Problem sehr häufig auftrat, dass sich denn der Bildschirm verschoben hat, die Farben sich irgendwie gekippt sind und das Ganze ließ sich auch nicht zurückstellen nach Neustart oder ließ sich auch nicht vor dem Neustart richtig zurückstellen, sondern muss man wirklich einmal aus hochfahren in was für Ordnung oder dass das Ding auch einfriert beim Videos betrachten und so das ist das was ich da ausprobiert habe und dann bin ich von Debian 12 auf die nächste Version die ja noch nicht freigegeben ist auf das Trixi gewechselt und da ist es gefühlt ein bisschen besser also ein bisschen stabiler insgesamt weniger Abstürze und auch weniger von diesem verschieben Farb durcheinander würfeln aber das hat für mich jetzt noch nicht so wirklich den fertigen Eindruck gemacht auch was jetzt also da ist keine Nvidia Grafikkarte drin im Tablet das ist so eine integrierte Intel Karte also von daher ja also geht aber ist noch weit weg von fertig stabil keine Ahnung vielleicht wenn ich irgendwann mal auf die Idee komme da was anderes drauf zu schmeißen mit Plasma 6 gibt es ja hier was ist das Neon oder so KDE Neon genau das ist die Vorzeigedistribution für KDE sozusagen läuft es da besser also mein Notebook was ich habe läuft mit Debian 12 und KDE 5.27 die Version ist ja dort in Debian 12 drin ist jetzt ohne Probleme mein Arbeitsrechner läuft mit Debian 12 und KDE auch ohne Probleme man muss aber dazu sagen jeweils mit X12 als Display Manager und die Testmaschine die ich hier habe auch mit KDE auch bis jetzt ohne Probleme also ich kann nicht meckern aber ich habe auch keine Onboard Tastatur und nichts mit toucht also das muss man dazu sagen für den Standard Desktop Betrieb sage ich mal kann ich bis jetzt noch nichts Negatives dazu sagen oder habe ich keine negativen Erfahrungen sagen wir es so aber eben mit XORG als unter Lager X11 genau XORG vielleicht läuft das Ganze mit XORG auch deutlich stabiler aber dann funktioniert die Touch Unterstützung bei dem Ding nicht richtig also von daher ist doch gut wenn es in die Massen kommt dann wird es ausprobiert dann werden hoffentlich die Probleme gelöst und so ist doch gut naja da werden einfach die Daumenschrauben angezogen dadurch dass es eben benutzt werden soll muss vorüber hatten wir da gestaunt Red Hat wollte das jetzt den Unternehmenskonten aufdrücken in der nächsten Version von Red Hat Enterprise nee Fedora war das aber die haben glaube ich zurückgerudert ich bin mir jetzt nicht ganz sicher ob es die 40 war die wirklich nur noch Valent only war dann haben sie gesagt die verschieben es jetzt auf die 41 wenn ich richtig gelesen habe aber was ich gelesen habe ist dass wir hier jemand mit Fedora haben vielleicht ist der vielleicht ist der Schwottler ein bisschen informierter oder ein bisschen besser informierter als wir Gnome mit Valent unter Debian 12 Probleme mit Extensions schade ich habe Gnome mit Valent unter Debian 12 in meiner Arbeits VM läuft wunderbar auch wenn zur Fernwartung der die Fernwartung Software sagst Vorsicht ich habe hier eine Valence Sitzung erkannt dich freizugehen ist ein bisschen schwierig also das steht da so nicht aber ich habe es mal frei übersetzt aber zum Kunden hin ist das alles kein Problem ab der 41 also Fedora 41 soll es definitiv weg schreibt der Schottler ja interessant also ja man muss ja auch dazu sagen wir waren ja eigentlich so bei KDE du bist ja auch eher so ein klassischer KDE mit dem TDE Trinity Desktop Environment das war dann 3 KDE 3 oder 3.5 also das ist der Vorg von dem 3.5 genau also ich glaube die werden da nichts in der Richtung machen nee aber das ist das letzte Mal wo ich mir wirklich noch KDE angeguckt habe irgendwie in der 3er Version gab es überhaupt die 4er die gab es das war die die über die nicht mehr geredet wird aus sehr gewichtig also die kam gar nicht gut an oder hat jemand die mal benutzt und fand die gut also eigentlich habe ich immer bloß gesehen die war nix hatte ich mir also ich hatte es mir wirklich vorgenommen zwei wochen lang benutze ich das also ich glaube ich habe es sogar durchgehalten als es dann in Debian drin war da war KDE 3.5 raus und da war es da muss es doch was anderes geben genau und das ach gucke da das wird als fork weitergeführt ach das ist ja das kann oh es funktioniert ah Vorteil was brauche ich mehr also KDE 4 war ein richtiges Downgrade es konnte weniger in schlecht oh okay es fehlten grundlegende Funktionen und die haben irgendwie vieles aus Gründen durcheinander gewirbelt also Tastaturkommandos funktioniert nicht mehr wie gewohnt ich hätte wahrscheinlich noch viel mehr Zeit rein investieren können um 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 diese ganze konfiguration einmal durchzuflügen dass es sich wieder so verhält wie vorher aber ich hatte eigentlich bloß nachteile gesehen also da war nichts wo ich gesagt habe oh das ist jetzt toll darum will ich das benutzen das war so KDE 4 bei mir und ich glaube es war auch nicht so wirklich lang vom KDE Team unterstützt ich gucke mal eben ich glaube das haben sie ja schnell wieder fallen lassen sind mit 5 das kann ich leider nicht so beurteilen ich bin eigentlich aktuell von KDE begeistert wie flexibel das doch inzwischen ist bei der 3er Version dachte ich Mensch ist das überladen ohne wirklich das Potenzial dahinter zu sehen und jetzt bin ich halt bei 5 gelandet bin eigentlich bei also was ist bei 5 KDE 5 irgendwas gelandet bin damit echt zufrieden und ich gucke dass ich dann je nachdem was System 76 mit Pop OS 24 4 macht und dem Cosmic Desktop ob ich dann vielleicht wechsle und wie ich wechsle weiß ich noch nicht ob ich dann wirklich mal versuche auf Pop OS KDE zum laufen zu kriegen XFCE funktioniert nicht das habe ich schon ausprobiert das war irgendwie enttäuschend ja mal gucken wie es dann wird ob es und wie es dann wird aber ich bin echt zufrieden dass ich jetzt auf meinem Arbeitsrechner hier auf diesem Mini Rechner den ich zum Arbeiten nutze KDE habe also bin ich auch von XFCE weg sage ich mal ich bin nicht traurig das XFCE Setup hat auch das getan was es tun soll aber KDE gibt mir zur Zeit mehr und mit der 6.0 Version soll sich so einiges unter der Haube getan haben also da bin ich gespannt wenn wenn man sich ja das mal richtig anguckt und ausprobiert aber das wird vermutlich nicht in nächster Zukunft passieren weil ich glaube bei Debian 13 Trixi wird es glaube nicht Einzug halten vermute ich mal würde ich jetzt auch mal spontan sagen also wir haben ja zwar noch ein bisschen Zeit wann soll es rauskommen nächstes Jahr vielleicht wenn es fertig ist aber ich glaube so nach dem ersten Jahr wird es dann schon schwierig bei so einer KDE Testing Version da kommen die die Breezes immer näher oder werden immer häufiger also das KDE 4 was die in Debian drin hatten das war auch nicht so wirklich fertig aber das war doch da drin also ist natürlich Kaffeesatz Leserei also es ist kein hundertprozentiges Ausschlusskriterium das zu machen aber wird man sehen wie weit das dann ist ob die sich das noch trauen vielleicht die ältere Version oder wie weit wird so ein KDE eigentlich noch gepflegt mit irgendwelchen Sicherheitsaktualisierungen und sonst was nachdem wir eigentlich schon beim nächsten sind das ist eine gute Frage kann ich dir gar nicht beantworten wir haben so viele Fragen habt ihr die Antworten also ich habe nochmal geguckt hier KDE 4 beziehungsweise KDE Software Compilation 4 das wurde im August 2006 veröffentlicht und die letzte Version kam auch im August wiederum 2014 raus also sind ja doch ein paar Jahre also 8 Jahre haben sie es denn doch gemacht ich hätte jetzt gedacht das wäre weniger gewesen man schätzt immer sowas falsch ein das kenne ich ganz oft also als ich von KDE weg bin ich habe damals KDE 3 und da Linux Mint ausprobiert da gab es noch eine Linux Mint KDE Version die ist ja auch schon länger nicht mehr existent als fast die Dinosaurier würde ich mal behaupten ja das stimmt ich glaube die war gar nicht so schlecht oder nee schlecht war die nicht also das wie eigentlich alles was das Linux Mint Team so in der Hand nimmt das war grundsor solide also von daher KDE Plasma 5 ist die erste Version schon 2014 erschienen also zwei Jahre länger wurde noch an dem Plasma 4 nee ach diese Software Collection von KDE 4 wurde noch überlappend zwei Jahre weiter herausgegeben ja Sachen haben die immer noch Conquer als Dateiverwaltung unter KDE nee inzwischen ist es der Dolphin Dateiexplorer oder Datei ja doch Dateiexplorer macht eigentlich auch das was er soll nur diese Grund da sind wir wieder bei dem geflügelten Wort diese Grund Benutzererfahrung die bei Debian KDE ausgeliefert wird ist mit der Einstellung dass man mit einem Klick gleich einen Doppelklick macht das ist immer das ist das erste was ich in den Einstellungen abschalte dass der mit einem Klick auch nur auswählt und nicht gleich öffnet das ist immer total irritierend ach so ja ja ok ja bei dir im Chat ist auch noch was auf dem Tablet ist das wiederum praktisch denn da ein Doppelklick ist nervig ja stimmt da ist der Vorteil von KDE das ist halt so anpassbar KDE wurde immer zwecks miese Hardware abgestraft daher nutzt da seit Jahren XFCE oder bei weniger Leistung Fluxbox oder LXDE LXQD mag er auch wieder nicht Fun Fact damals bei KDE 3 konnte man KDE sparsamer aufsetzen als zum Beispiel ein XFCE zu der Zeit da musste man aber wirklich sämtliche Effekte und alles abstellen was irgendwie KDE hübsch gemacht hat aber dann war es sparsamer also da also wenn wenn du jetzt mit TDE oder mit dem alten KDE das erste Mal dich anmeldest dann kommt dir gleich so ein Dialog und dann kannst du da so ein Schieberegler hin und her schieben und dann sagen wie viel Effekt du du möchtest und der ist irgendwie so auf auf dem ersten Drittel oder so vom Maximum denn schon voreingestellt und das kann man auch insgesamt dennoch weiter runter regeln also und man kann diese Effekte auch einzeln aktivieren oder deaktivieren da ist man ziemlich frei aber die neueren KDE Versionen die brauchen oder also nicht zwingend voraussetzen aber die hätten gerne eine 3D Beschleunigung in der Grafikkarte und wenn man jetzt eine nicht unterstützte Grafikkarte hat oder eine die sowas überhaupt nicht sinnvoll kann dann gibt es noch so einen Fallback Modus wo wo das irgendwie über dieses LLVM Pipe oder so irgendwie emuliert wird und das in Software läuft und das ist natürlich deutlich langsamer und bei Genom ist das doch auch irgendwie so ähnlich dann fällt der zurück in so einen Software Rendering Modus oder das kenne ich nur von Cinnamon das den Software Rendering Modus hat das war genommen zwei Zeiten Zinnermann ist ja auch ein Gnome zwei Frog oder Gnome drei ich weiß es gerade nicht und Dom block doch deine Nachrichten kommen durch wir müssen hier nur immer mindestens drei Schätze lesen deswegen sorry und und es hat auch eine Verspätung von ungefähr 40 Sekunden schreibe ich gerade nochmal aber gut kriege ich parallel nicht mehr hingetippt sonst könnte er selbst die Verzögerung messen also es kommt auch darauf an welches Format das bei YouTube ist ob das wohl gerade gefragt wird oder nicht oder ob sie da irgendwie extra noch was im Cluster anschmeißen müssen also also diese Verzögerung von bis zu 40 Sekunden die haben wir irgendwann mal gemessen das sind ganze Menge bei Twitch geht es deutlich schneller und bei OnCast auch genau ja zuerst gesehen bei OnCast oder bei Twitch und bei YouTube als letztes ja könnte man ja so einführen wenn man es bei Twitch oder OnCast nicht verstanden hat einfach parallel immer YouTube laufen lassen und dann einfach den Ton anmachen dann kann man es nochmal ja das habe ich jetzt gerade nicht mitgekriegt ach da gibt es so kriegen wir die Viewer so kriegen wir die Views auf alle Plattformen ja und wer auch dafür zu langsam ist muss ein paar Tage später bei Spotify oder bei Hauke dann nochmal gucken oder auf dem Tux-Tage-Kanal da kommt der Podcast dann auch nochmal als regulärer Upload mit Bewegtbild ja bei Spotify gibt es uns ja bloß zu hören ja genau und so haben wir jetzt ganz 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 geschickt den Werbeblock eingebettet sind wir schlau das ist ja quasi der schleichende Werbeblock den hat man überhaupt nicht kommen hören nee deswegen also abonniert alles und überall genau das ist ganz ganz wichtig um nichts mehr zu verpassen trotzdem war vor zwei Jahren der Verein dazu XFCE wegen der Einfachheit gewechselt ja du mit XFCE machst du nichts verkehrt XFCE ist eine alte Liebe die nicht rostet also läuft ne ja und wenn man ein bisschen sich rein gearbeitet hat dass das alles so ein bisschen CSS Customizing ist und sich da ein bisschen reinfuchst oder auskennt kriegt man das auch echt hübsch also von daher es ist ja letztendlich auch egal so ein Desktop ist ja ganz primitiv gesagt bloß so ein Starter für andere Programme vielleicht mit so ein paar Extras oder so aber eigentlich wollen wir ja bloß damit andere Dinge starten also mehr oder weniger ist es auch egal aber naja interessant PS4 das gucken und dann mit der App kann man natürlich machen interessant wäre ob es da auch Delay gibt zwischen den Apps das wäre nochmal komplett wild da gehe ich stark von aus ja verrückt ja also im Endeffekt waren Plasma 6 und GIM2X noch so meine Themen die ich hatte ich weiß nicht hattest du jetzt dein Ausweicht Thema haben wir ja nicht haben wir jetzt nicht getroffen damit das haben wir jetzt nicht getroffen das wäre auch mehr oder weniger so ein bisschen allgemeine Blaberei wollen wir noch irgendwas das können wir gerne tun weil das aufzuheben bis nächste Woche ist dann denke ich mal auch Quatsch irgendwann wird es zu alt und dann fällt es weg und dann wäre es schade es sei denn du möchtest jetzt du hast für deinen eigenen Twitch Kanal jetzt sowieso noch ein Anfolgethema ein Nachfolgethema was das keine Ahnung nie heute nicht also ich hätte mir was Lückenfülleriges ausdenken müssen weil das ausgefeinde Notebook das da hätte ich jetzt was anfangen müssen was wir nicht fertig gekriegt haben und das mag ich nicht da muss schon wenigstens so an so einem Abend so ein Etappenziel erreicht werden und das hätte ich heute nicht hingekriegt und so ein Zwischending das ist nichts halbes nichts ganzes das ist nicht mein Anspruch sage ich mal so deswegen also wenn du noch ein Thema hast gerne also ich hätte jetzt als zweites noch allgemein gemacht Spiele unter Linux also nicht unbedingt welche die nativ drauf laufen sondern das ist ja auch so ein bisschen der versteckte Werbeblock du machst ja jede Woche auch sowas habe ich gehört du spielst ja Spiele unter Linux nicht war es sei denn ich soll jemanden vertreten auf seinem eigenen YouTube ja okay gut ja das war übrigens heute heute ist so ein bisschen wie mit einem Kollegen reden irgendwie mittwoch haben wir uns mal ohne Kamera quasi gesehen ohne online zu sein oder gesprochen gesehen das Quatsch Dienstag war ich die Vertretung für Jean ja und heute wieder das ist irgendwie ein bisschen wo ich Dienstag auf meinem Twitch Kanal spielen und apropos Latenz also darum kommt alle zu den Kilo Open Source und Linux Tagen da sind nicht hier 40 Sekunden Verzögerung das ist alles live in Echtzeit wenn ihr im richtigen Raum sitzt ach beim Linux ja lese ich es gerade guten Abend in die Runde XFCE mit Kompass läuft auf meinem Laptop Laptop und Rechner Kompass gibt es das echt noch also ich habe mal damit angefangen und aber Kompass der Witz ist die hatten so einen Desktop Würfel was in Plasma 6 jetzt wieder zum Vorschein also zum Leben kommt es dreht sich irgendwie alles im Kreis nur die KI geht weiter voran das stimmt also hatten wir das also wo ich meine was das gibt es jetzt wieder dieses Retro Zeugs das ist doch so ein altpackender Scheiß mit diesem Würfel das war mit John zusammen oh das ist ja toll das ist doch alter Scheiß das hatten wir doch schon mal alles das war nämlich das womit Klaus Knopper der Mensch der Knopx gemacht hat das erste Linux was sich live von einer CD ausführen ließ auf der CeBIT immer wieder mal so vorgestellt hat und so als iCandy hatte er da seinen 3D Würfel wo da so diese einzelnen Fenster drauf waren und da da haben die Leute oh das geht auch mit Linux große Augen Begeisterung geklatsche und gehole dazu das also das klappte auch bloß einmal richtig und danach ebte das auch so ach das wieder kennen wir schon aber das gibt es jetzt wieder neu und ja und haben wir schon alles gehabt war das jetzt so toll hat uns das weitergebracht und Kompis also irgendwelche Effekte sind auch bei XFC und ich glaube sogar bei Mate an und das könnte sein dass es irgendwie Kompis ist oder irgendwas anderes das sehe ich immer daran wenn ich mit X2Go so eine Fernwartungssitzung aufmache und dann habe ich Darstellungsprobleme normalerweise um die Fenster drumherum ist so ein schwarzer Balken die lassen sich nicht richtig anfassen und das ist irgendwie so ein Effekt Geraffel was ich dann ausmache und dann funktioniert das auch da sollen vielleicht so Transparenzen oder Schatten Effekte sein und ja also es ist mir schon aufgefallen dass es das immer noch gibt und dass es immer noch nervig ist besonders mit Fernübertrag kommt ja diese Wobbly Windows genau Wobbly Windows und all so eine Späße ja ich bin mir jetzt nicht sicher ob das wirklich standardmäßig bei Marte drin war aber dieser Darstellungs oder dieser Einstellungsmanager der war schon ganz cool ja das auf jeden Fall oder Fenster die gebrannt oder beim Schließen weggebrannt sind das gab es auch ich hab mich damals das waren so meine Anfänge mit und die Videos die ich mir dazu angeguckt habe waren ja auch von so einer ich sag mal deutschsprachigen YouTube Linux Open Source Legende Wer den noch kennt also da da waren schon echt das war noch echt schön oder wilde Zeiten sagen wir mal so also das war echt cool der hat dann einfach irgendwann aufgehört oder war dann halt ausgebrannt wie es halt relativ oft sogar ist wir wollten Spiele unter Windows bevor ich hier mitkomme Windows ich gehe nach Hause ach nee da bin ich ach Gott ich bin schon ich bin schon wieder neben der Spur Spiele unter Linux weil sie gerade raus raus scrollt bei mir aus meinem Chatverlauf verändert Spiele und bei Spiel ach Gott ich kann nicht mehr lesen zu Spiele bei Linux ist ihm aufgefallen dass viele Lutris und Co kennen aber oft die Leute nicht den Heroic Games Launcher dann habt ihr ein tolles Video dazu gesehen erstens das und der ist ja auch noch ich sag mal relativ neu beziehungsweise noch das die jüngste Plattform von den inzwischen ich sag mal in Anführungszeichen etablierten funktioniert aber dafür sehr sehr gut was mir aufgefallen ist also Lutris hatte ich mal kurz versucht und ich bin da so okay wie geht das jetzt warum also ich hatte auch nicht unbedingt die die Muße dafür dass irgendwie zu ergründen wie das genau funktioniert und hier bei diesem Heroic Games Launcher also ich hab das App-Image genommen lade ich runter mach ausführbar hallo möchtest du hier Epic und Gok Dingswumms gib mal deine Daten da dann fängt das an da rumzuraffeln und dann hier ach das ist deine Spiele-Sammlung okay gut ja du musst jetzt noch dir auswählen welche Laufzeitumgebung da haben willst also irgendwie das gibt Proton Wine G.E. Glorious Equal heißt dieser Typ der das macht diese speziellen Wine-Versionen und da muss man dann noch was auswählen aus so einer elendig langen Liste runterladen entpackt sich dann irgendwo hin und dann Spiele ausrufen starten und das hat bis auf was sag ich immer der Rasenmäher Simulator da war etwas zickig insgesamt von den Sachen die ich so ausprobiert hab die anderen sag die funktionieren also hast du den Rasenmäher Simulator auf Heroic Games Launcher getestet oder wo ja 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 genau ich hab mal ich hab ja manchmal so ein Spleen für bekloppte Simulatoren ich hab den wirklich mal ernsthaft gespielt auf Steam auf Proton da lief wunderbar also da konnte ich jetzt nichts ja nicht meckern also ich hab die ersten drei Missionen gemacht hab dann auf die Uhr geguckt mir gedacht so jetzt macht beenden wir das die installieren das dafür ist die Lebenszeit zu schade aber da war ganz schnell irgendwie die Zeit weg und es war relativ kurzweilig so wie es halt manchmal ist also da hat er nicht rumgezickt das wollte ich damit sagen also ich musste erstmal die richtige Version von dem Proton oder was weiß ich was ich da letztendlich hatte was funktionierte raussuchen also nicht das erste nicht das zweite was ich da sowieso schon drauf hatte musste ich irgendeine andere Version noch nachinstallieren und da lief es dann auch dann bin ich da runtergefahren von die also das fängt ja irgendwie an dieser Rasenmäher das ist ja so so ein Aufsitzrasenmäher die muss man erstmal runterfahren von so einem kleinen Lastwägelchen und dann so die Runden ziehen und also die die schon echt scheiße sind warum sollte man die als Simulator spielen aber ich bin da nicht die Zielgruppe für das hab ich da dann wiedergemerkt ne er muss ja auch nicht ne Gott sei Dank deswegen man muss ja nicht jeden Trend mitmachen ähm aber also das Spielen im Allgemeinen ist schon deutlich besser geworden also jetzt jetzt kommt so ein bisschen der alte Mann der immer vom Krieg erzählt äh wo ich angefangen habe also mit Ubuntu 12.4 bin ich ja wirklich komplett gewechselt und da gab es noch verdammt wenig Spiele die wirklich nativ auf Steam liefen und da gab es noch nicht sowas feines wie Lutris da gab es so ein bisschen Wine die Anfänger von Player on Linux und dann ja wurde es relativ schwierig das war nur so eine ganz dunkle Zeit wo ich sehr sehr viele Stunden in ein Spiel gesteckt habe was nativ lief was ich Gott sei Dank nicht mehr spiele ähm weil es einfach viel zu viel Zeit gefressen hat also das sind über 6000 Stunden Spielzeit die ich da reingebuttert habe inzwischen und jetzt habe ich da auch mal einen Schlussstrich gezogen das muss nicht mehr sein das war das Spiel wo also was 6000 Stunden mal so angetestet hast da und als Kommentar den hinterlassen hast ja lohnt sich nicht oder so genau genau nach kurzer Testphase habe ich für mich entschieden das lohnt sich nicht genau das war das müsst ihr wissen ja genau müsst ihr wissen im Endeffekt müsst ihr das wissen das war dann so eine Sache also ich hatte das große Glück dass das was ich gespielt habe zu der Zeit sehr intensiv auch wirklich schon nativ lief und erst mit Valve's Entscheidung Valve sind die die den Steam Launcher machen das ist die Firma dahinter wirklich aktiv deutlich bessere Linux Unterstützung eben mit Proton und eben weit es geht auch mit nativen Spielen auch Triple-A-Spiele waren da teilweise nativ zu der Zeit also ich sag nur Borderlands 2 war so 2013 2014 so die Hochphase das lief auch nativ und das habe ich auch rauf und runter gespielt also das war dann schon das hat dann schon geholfen aber wirklich richtig 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 vorangebracht hat wirklich das ganze Valve mit Proton mit ihren eigenen Steam Machines mit dem Steam OS und jetzt dann nochmal durch das Steam Deck ist da mehr Druck da deswegen ist Proton jetzt dort wo es ist mit dieser ja großen Spielevielfalt die wirklich gut unterstützt wird da wollte ich hin ich habe nur nebenbei gelesen 6k Stunden im Rasenmäher sind nein Gott sei Dank nicht so lange gibt es den gar nicht Leute die das machen spielt auch Höllensimulator ich habe Hellarchitekt mal gestreamt das gibt es auch wirklich denk dir irgendwas aus pack Simulator hinten dran und es wird es geben ja oder Architekt oder irgendwie so ja unglaublich unglaublich was hatten wir da noch ich weiß nicht also ich habe dir ich habe dir das jetzt ein bisschen das beste Spiel ist X-Bill da mal 6.000 Stunden rein investieren lohnt sich was mag gutes Projekt des Open R ja das stimmt ja 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 da gibt es ja verschiedene Teile auch also es ist ja nicht bloß Red Alert wo der Name herkommt sondern auch der erste Teil also der hier Tiberium Konflikt oder Tiberium Dawn heißt das glaube ich im Englischen oder ja Tiberium Dawn ja und June 2000 und dann gibt es noch ein paar Mods dafür und ja das ist alles ganz gut ja was hatten wir June 2000 haben wir auch mal hier als Dreier Stream gemacht ja und das andere war Shattered Paradise Paradeus genau Shattered Paradise ich wusste es jetzt nicht June 2000 da wären Zeiten noch habe ich noch im Original hier rumzulegen erinnerung nicht Zeiten merke ja es ist schon schon spät wie gesagt ich muss heute ganz viel auf Arbeit rumrennen und Sachen klären es ist kontraproduktiv wenn man dann Abend noch irgendwo sowas wie ein Podcast aufnehmen möchte das ist ja gut aber ja ist denn ja auch der humorvolle Teil das ist jetzt Casual Business also jetzt kann man schon die Jogginghose anhaben aber Bügelfalte Bügelfalte ja in der Jogginghose ist ein Casual Business keine Ahnung ich verstehe ist das denn die ausgefeine Hose oder ja so ungefähr da muss man nur aufpassen dass die Jogginghose dann nicht diese Knopfleister an der Seite hat die man auch reißen kann okay was das alles gibt die gab es mal die waren schrecklich Trends die leider weg sind aber bestimmt wieder kommen irgendwann das auf jeden Fall die vermutlich nicht Gott sei Dank also war irgendwie als Sporthose gedacht aber dadurch dass das nur Druckknöpfe waren das war schneller oft als man gucken konnte gerade wenn man sich aktiv bewegt hat aber kommen wir mal weg von Jogginghosen wie hat es die Nuggespielen das ist ja gutes Thema eigentlich dazu müsste man noch mal irgendwann so eine Sondersendung was ich letztens gesehen habe es gab oder es gibt den Fitness Club Simulator oder irgendwas was in die Richtung gibt also das ist auch total verrückt ja unglaublich unglaublich und man hat ja mal den Priester Simulator gespielt das war der Priest Simulator ja den hab ich so mal durchgespielt der kam auf die Liste als er noch nicht so verrückt aussah und aus dem ist dann im Early Access was richtig folgtes geworden also da ist dann irgendwie dann noch ein Vampir reingekommen war aber ganz kurzweilig war ganz toll ah ja nein doch A hat es gerade reingeschrieben das sind die sogenannten ja okay ich weiß immer nicht wie sportlich da YouTube ist ich weiß es auch nicht deswegen hab ich es jetzt nicht vorgelesen monetarisiert ich glaube du hast also du hast ein Problem wenn du es monetarisieren möchtest ja du hast so einen elendig langen Katalog was du alles nicht machen darfst unter anderem solche Sachen sagen aber wenn es dir egal ist dann ja geht glaube ich relativ viel mit Kohle machen willst dann nicht was mir aber beim Spielen unter Linus aufgefallen ist einerseits sind sehr 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 viele moderne Titel möglich einige alte Retro Perlen kann man damit wieder zum Leben erwecken ich hab damals oder was heißt damals wirklich im Original dann noch das war Windows war das ein Windows XP Rechner oder noch der davor auf jeden Fall XP wie hieß das das Strategiespiel Empire Earth gespielt und das hab ich dann irgendwann nochmal raus gekramt und das dann sogar mit Lutris wunderbar zum Laufen gekriegt und da hab ich's dann nochmal quasi zum Leben erwecken können ohne wirklich große Handstände das Skript lief durch von Lutris ich konnte's dann noch spielen war alles toti das fand ich gut und dann hast du halt wieder Probleme oder ich hab dann zumindest Probleme ich hatte mal angedacht für den Kanal auf Twitch so ein Format zu gestalten wo ich Retro-Spiele auf dem Sonntag so ein bisschen spiele und ich wollte's Retro-Rampage nennen und ich wollte eigentlich mit einer Sache anfangen mit einer Spiele-Serie die mir sehr viel bedeutet das ist diese ganze Legacy of Kane Geschichte und das erste Spiel die PC-Version von Blood Omen krieg ich nicht zum Laufen das sind so das Ding ist so alt mit so wilden alten DLLs und Abhängigkeiten keine Chance und so ist das ein bisschen eingeschlafen leider Gottes also manche wirklich alten Perlen kriegt man noch zum Laufen manche nicht und manche finde ich nicht mehr wer das naja gut Point and Click ist übertrieben das war sehr sehr simpel aber das war eine schöne Geschichte und eine schöne Erzählung Rent a Hero kennt leider kriegt das auch nicht mehr zum Laufen hm okay sagt mir jetzt nichts Rent a Hero nee das war eher so ein nischigeres Ding aber das hat eigentlich eine schöne Geschichte erzählt das war auch visuell eigentlich ganz ansprechend okay das Fitnessstudio Game heißt Gym Simulator naja ja okay ja ja gibt alles als Simulator weitestgehend Powerwatch Simulator auch wieder sowas die man vielleicht nicht so gerne in echt macht dort denn schon ja das ist meistens so deswegen sind ja die ganzen Landwirtschaftssimulatoren keine Ahnung warum die so erfolgreich sind also ich hab's auch mal angespielt es funktioniert alles gut man kriegt so ein Ergebnis aber es hat mich Gott sei Dank nicht so abgeholt dass ich's jetzt wirklich permanent suchten muss es hat alles gut funktioniert es war alles schlüssig und realistisch man ist zum Ergebnis gekommen ja war war nicht meins nee muss ja auch nicht nee also wenn du jetzt ein paar Tonnen virtuelle Rüben hinterher hast dann kannst du die nicht essen aber wenn du jetzt sowas echt machst dann ist ja durchaus ein Mehrwert entstanden aber so ja weiß ich nicht also weiß ich nicht ich glaub ich hab in meinem Testspiel ich glaub das fällt mit mit Weizen klassisch oder mit Mais bestellt oder sogar beides und dann hab ich okay hast du denn auch die Biogaserweiterung gehabt ne ich glaub ich hab mir nur einen Hühnerstall irgendwo hingestellt und so viel Biogas produzieren die nicht okay also irgendwo hab ich glaube ich mal so eine Packung gesehen und da waren die damit so als extra Bonus mit Biogaserweiterung war da absolut heiße Scheiß darum musstest du jetzt diese diese Packung kaufen und nicht die alte ohne ja also das ist so eine Szene da stecken wir wollen nicht tief genug drin um das zu verstehen ne hier verändert schreib es es gibt sogar eine Fangen Simulator Leak oh Gott ja es gibt für alles eine Leak was 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 macht man da keine Ahnung schnellsten flügen und ecken kann oder na oder das Gehöft schuldenfrei bekommt keine Ahnung also da gibt garantiert verschiedene Kategorien naja du musst ja zum Spielstarten Kredit aufnehmen und dann achso ok ja ach der Lorenz Meier ich bin inzwischen ein Linux Mint Fan ist sehr solide kann man nur empfehlen ja genau also das ist alles sehr 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 solide und eignet sich auch eigentlich ganz gut zum Spiel Linux Mint durch die Ubuntu Basis kann man eigentlich nichts verkehrt machen ja hattest du noch was spieletechnisch auf deinen Zettel wie gesagt ich bin ja irgendwann reingefahren ins Wort und dann nö also das war jetzt so ein ungeplanter Punkt mit keine Ahnung weil du sowas ja jede Woche ungefähr jede Woche sowieso machst und naja wir machen das ja auch offscreen oder ne was also off live Dings also ein paar Sachen habe ich da mal also ich nehme mir von dieses Epic Zeugs die schmeißen jede Woche da irgendwie ein Spiel raus und ich nehme die meistens mit wenn es nicht der absolute Schwachsinn ist also da sind viele Sachen drin dabei da sieht da sieht man und da riecht man warum dass das die Woche gratis gibt aber hin und wieder kommt dann auch mal was da rein was vielleicht nicht ganz so mistig ist und ja bis jetzt hat alles funktioniert und die Wandbreite ist auch relativ groß also von äh also Borderlands meintest du das habe ich da auch mit drin das gab es auch irgendwie mal ich glaube so weihnachtsaktionsmäßig da haben sie es dann mal rausgeworfen und was war der neueste der dritte Teil äh eins zwei also ich habe es glaube ich mal mal ausprobiert also es lief aber es war irgendwie nicht so meins dann habe ich mit Tomb Raider angefangen da gab es diese 20 Jahre äh Editionen da also das sieht schon äh relativ spektakulär aus mit dem ganzen Gewackele und dem Licht und sonst irgendwas da und so und also das ist schon echt cool und das läuft flüssig aber an einigen Stellen da bin ich dann auch zu blöd dafür wie kommt die jetzt da hin ach da muss man erst da ziehen und dann muss man das da wegschießen dann muss da noch ein Stein weg und dann muss man wenn das Wasser da rauskommt ganz schnell aus Floß springen von dem Floß weiter auf die Wand und da kann man sich festhalten okay ja 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 ganz schön hektisch also von daher lieber Rasenmäher Simulator immer schön die Runden fahren ja ich muss ich muss mal kurz Vermittlungsstelle spielen vom Linux Guides Chat kam dann was an den Niklas ähm äh Full Throttle und Day of a Tentacle kann man gut in der Scum VM spielen so als Tipp das geht wenn man das Original möchte inzwischen gibt es aber auch unter Steam lauffähige Remakes in Anführungszeichen oder ne HD Remaster heißt das das wenn es nur aufpoliert wird grafisch die laufen sehr sehr gut und man kann sogar die Grafik auf alt umstellen Day of a Tentacle und Full Throttle spiele ich auch einmal im Jahr durch das gehört zum Pflichtprogramm das ist ist einfach so manche Sachen muss man einfach mal einmal im Jahr machen und äh ein Klassiker den ich viel zu lange nicht geschätzt habe oder eigentlich zwei Klassiker ähm hab ich erst mitbekommen als ich von dir dann mal ist schon eine Weile her auch nochmal den Heroic Launcher ähm ans Herz gelegt bekommen habe ähm Fallout 1 und 2 also die waren dann irgendwie mal zur Weihnachtsaktion ich glaube das war letztes oder vorletztes Jahr falls du dich noch daran erinnern kannst das hatte ich dir mal gesagt irgendwann äh und meine Empfehlung ausgesprochen also Fallout 1 absolut absoluter Klassiker den man mal gespielt haben muss und läuft sowohl auf der Steam Version als auch auf der Epic Games Version vom Heroic Launcher einziges Manko man muss dann in den Einstellungen den Gewaltgrad auf Mittel stellen weil macht man den auf voll gibt es einen Bug mehr spoil ich nicht also das hat mir so gut gefallen dass ich mir irgendwann das aber man sieht es sieht man es man sieht es so halb naja man sieht das Regal hinten schlecht aber das Cover habe ich mir mal aus also ausgedrucken lassen und dort hinten hingestellt und auf der anderen Seite ist quasi das Tux Flash T-Shirt was wir in Kiel von Markus und von Ingo geschenkt bekommen haben deswegen also manche Sachen die mir echt gut gefallen die kommen dann immer ans Regal ja genau abgeschweift ich fand es dann halt nur interessant irgendwann habe ich kapiert nach welchen Charakteren die die Heroic Games Launcher Version betitelt oder betiteln weil es ist ja grundsätzlich also fast grundsätzlich so dass ein Open Source Projekt immer so seine Zwischenversion so ein Namenschema gibt bei Linux Mint sind es ja Frauenvornamen bei Ubuntu sind es irgendwelche beschriebenen Tierarten oder Tiere Debian hat die Toy Story Charaktere ist denn irgendjemand oder dir auf jeden Fall nach was die Heroic Games Launcher Version benannt sind ich habe es erst nicht realisiert man muss es aber erkennen ich habe die Narben nicht mal im Kopf also irgendwie steht da Versionsnummer sowas und dann nach irgendwie sowas kryptisch ist aber ich glaube du hast es schon mal erzählt aber da steckst du auch deutlich tiefer drin ja zumindest was heißt tiefer ich habe dann irgendwann nicht mehr angefangen One Piece zu gucken oder zu lesen das ist ja auch so ein Manga ohne Ende gefühlt ich weiß gar nicht ob der inzwischen zu Ende ist aber das ist nach One Piece Charakteren benannt oder ja doch Charaktere fand ich auch ganz sympathisch ist mir auch erst nicht auf Gefallen irgendwo gibt es halt immer Leute die irgendwelche Referenz haben die ganz nett sind jetzt habe ich so lange war ich so lange im Redefluss jetzt muss ich erst mal einen Chat nachholen überall den alten PC hat ich habe auch noch überlegt irgendwo noch so ein Retro-Spiele-PC zusammenzubauen und irgendwo hinzustellen aber ach das war mir dann irgendwann so ein nächstes Projekt ich habe eine alte Grafikkarte retten können eine alte GeForce GT 8600 die ist so alt dass sie ganz frisch PCI Express hat davor war es AGP äh AG 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 P und nicht AGB AGP Advanced Grafik Process ist egal es ist eh alte Technik was geht nicht alte Technik an da wollte ich mal gucken ob ich die dann irgendwann per K4M in eine virtuelle Maschine durchleite und mir dort ein Windows XP installiere und halt die Grafikkarte direkt durchreiche und dann quasi mein Retro Gaming PC ähm zusammengebaut bekomme und dann vielleicht dann doch nochmal irgendwann im Stream ähm Rent a Hero zeigen zu können wer weiß hm ok klingt auf jeden Fall um ein interessanten Projekt das so zu machen hm warum nicht hm hm deswegen ich hab so ein bisschen was auf der Liste ja mal gucken wann man immer dazu kommt ja das ist das Problem hm die Liste ist lang ja und unsere Zeit so begrenzt ich würde doch langsam sagen dass wir folgende technisch ans Ende kommen wir können das nochmal ganz easy ausklingen lassen ja so wie beim letzten Mal das war eigentlich ganz angenehm aber ich sag jetzt schon mal danke fürs dabei gewesen sein an dich Hauke danke für alle zahlreichen Zuhörer Zuschauer äh aktiven Leute im Chat alle die äh bei mir neu dazugekommen sind vermutlich auch bei Hauke in der Zeit ne Linus Guides Live kann man nicht abonnieren äh aber trotzdem äh Linus Guides auf YouTube abonnieren auch wenn der Genre nicht da ist die Werbung hauen wir nochmal raus das stimmt und äh bei linuxguides.de äh punkt.de schräg 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 live da gibt es unten auch den Kalender denn eigentlich gibt es ja auch jede Woche dienstags auf Twitch YouTube und linuxguides.de live äh eine Sendung mit John und mir ja mal gucken äh was da nächste Woche draus wird oder so müssen wir mal schauen aber da steht prinzipiell drin was es als nächstes wann gibt soweit die Theorie und die Tuxt äh Flasche stehen auch mit drin genau die sind da fest mit drin ja in diesem Sinne äh bleibt gesund bleibt uns treu Werbung haben wir gemacht dann ist das jetzt das folgende Ende und äh wir können nochmal so kurz das